Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video des Adventskalenders. Die heutige Frage lautet, wie lautet der Satz, welchen ich im ersten Video auf diesem Kanal als allererstes sage? Also quasi die ersten Worte auf diesem Kanal. Wie immer, wenn du es weißt, schreib die Antwort in die Kommentare und du hast einmal mehr die Möglichkeit etwas zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal.